Einmal das Risotto mit grünem Sprachl. Vielen Dank. Und einmal die Gnocchi. Dankeschön. Lass es euch schmecken. Guten Appetit. Ebenso. Seit wann arbeitest du auf dem Hof? Ungefähr drei Jahre. Davor habe ich in der Stadt gelebt. Und gefällt es dir? Also hast du nette Chefs? Sehr nette sogar. Das sind meine Eltern. Der Hof gehört deinen Eltern? Ja, ich bin da aufgewachsen. Und du bist wieder zurückgegangen? Ja, das war zwar auch nicht gerade meine Traumvorstellung, wieder bei meinen Eltern zu wohnen, aber ich bin Mama und nehme trotzdem auch gerne am Leben teil. Also war das die beste Möglichkeit. Du warst ein Kind? Oskar, fünf Jahre alt. Wow. Ja, wow. Das war auch das erste, was meine Eltern gesagt haben, als sie davon erfahren haben. Und die passen gerade auf ihn auf? Ja. Ja, ich dachte vorher immer, das ist nur so ein Klischee, aber man geht tatsächlich nur noch ausgewählt aus. Wer will?